Heilung emotionaler Abhängigkeit Geschrieben von Leonardo Tavares Möge dieses Buch eine Unterstützung sein, ein Trost für dein verletztes Herz, möge es die Überzeugung bringen, dass die Überwindung emotionaler Abhängigkeit durch Selbsterkenntnis erreicht werden kann. Es gibt keine dauerhafte Fixierung, denn die Bindung, die wir mit denen teilen, die wir lieben, geht über die Abhängigkeit hinaus, übersteigt die Situationen und wird zu einer ewigen Quelle des Lernens und der Weiterentwicklung. Mögen deine Schwierigkeiten in Optimismus verwandelt werden und mögen die Erinnerungen einen Schatz sein, mögen deine Tränen vom Selbstwertgefühl getrocknet werden und möge die Weisheit deinen Weg erleuchten für diejenigen, die diesen schmerzhaften Moment durchmachen. Dieses Buch ist eine Hommage an alle, die das Labyrinth der emotionalen Abhängigkeit durchlaufen haben, und an alle, die mit dem Schmerz der Loslösung kämpfen, möge es eine Zuflucht des Trostes und der Ermutigung sein. Und möge selbst in den herausforderndsten Momenten Kraft und Motivation gefunden werden, um voranzuschreiten, um die Vergangenheit zu ehren, die gelernten Lektionen und um unser Leben zu leben mit Selbstliebe, Dankbarkeit und Widerstandsfähigkeit. Vorwort Die emotionale Abhängigkeit ist ein Thema, das viele Leben tief berührt. Unsere Beziehungen, unsere Entscheidungen und unsere Selbstwahrnehmung können von Abhängigkeitsmustern beeinflusst werden, die oft schwer zu verstehen und zu überwinden sind. Dennoch handelt dieses Buch nicht nur von den Herausforderungen, sondern auch von den Möglichkeiten zur Transformation und persönlichen Weiterentwicklung, die in unserer Reichweite liegen. Durch die Seiten von Heilung emotionaler Abhängigkeit biete ich wertvolle Anleitungen für diejenigen, die die Zyklen der Abhängigkeit durchbrechen und einen gesünderen Umgang mit sich selbst und anderen Menschen in ihrem Leben erkunden möchten. Von Anfang an behandle ich die Grundlagen menschlicher Emotionen, die Bedeutung von Selbstliebe und praktische Schritte, um gesunde und ausgewogene Beziehungen aufzubauen. Im Laufe der Kapitel werden wir verschiedene Themen erkunden, angefangen bei der Verständnis der Ursprünge ihrer emotionalen Abhängigkeit bis hin zur Entwicklung effektiver Kommunikationsfähigkeiten, der Schaffung gesunder Grenzen und der Pflege einer Mentalität des kontinuierlichen Wachstums. Mein Ziel ist es, praktische Werkzeuge, tiefe Erkenntnisse und hilfreiche Anleitungen für jeden Schritt des Heilungsprozesses bereitzustellen. Heilung emotionaler Abhängigkeit ist eine Einladung an all jene, die danach streben, sich von den Ketten der emotionalen Abhängigkeit zu befreien und die Freiheit zu umarmen, gemäß ihrem wahren Selbst zu leben. Tauchen Sie in die folgenden Seiten mit einem offenen Geist und einem empfänglichen Herzen ein, bereit, die emotionalen Schichten zu erkunden und zu heilen, die Ihr Wachstum möglicherweise blockieren. Ich glaube zweifellos, dass Heilung möglich ist und dass jeder von uns die Macht hat, ein emotional reiches, verbundenes und sinnvolles Leben zu schaffen. Möge dieses Buch eine Inspirationsquelle und eine Quelle des Lernens sein. Und indem Sie den Heilungs- und Wachstumsprozess umarmen, möge Sie die innere Stärke entdecken, die Sie auf dem Weg zu einem erfüllten und ermächtigten Leben leitet. Mit Hoffnung und Dankbarkeit Leonardo Tavares Kapitel 1 Erkennen der emotionalen Abhängigkeit Der erste Schritt zur Freiheit ist der Mut nach innen zu schauen. Es ist nicht einfach zuzugeben, wenn wir in einem Zyklus der emotionalen Abhängigkeit gefangen sind.